Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 12.792 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Geduld ist wie ein Samenkorn, das darauf wartet, zu einem prächtigen Baum zu werden. Geduld ist wie ein Samenkorn, das darauf wartet, zu einem prächtigen Baum zu werden. Die Schubkarre ist für kleine Kinder attraktiv. Sie können damit viel machen. Die Schubkarre ist für kleine Kinder attraktiv. Sie können damit viel machen. Die Schubkarre ist für kleine Kinder attraktiv. Sie können damit viel machen. Auf dem Flohmarkt geht es bunt und lebhaft zu. Die Leute sind auf der Suche nach besonderen Angeboten. Auf dem Flohmarkt geht es bunt und lebhaft zu. Die Leute sind auf der Suche nach besonderen Angeboten. Ein sonniges Gemüt kann auch den grauesten Himmel erhellen. Sie flüstern leise, um das geheime Treffen nicht zu verraten. Sie flüstern leise, um das geheime Treffen nicht zu verraten. Sie flüstern leise, um das geheime Treffen nicht zu verraten. Als Barista habe ich gelernt, wie man guten Kaffee macht. Als Barista habe ich gelernt, wie man guten Kaffee macht. Als Barista habe ich gelernt, wie man guten Kaffee macht. Da kann mir keiner was vormachen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.